Hallihallo, ich wünsche euch was. Heute möchte ich euch ein paar Sachen erzählen, die neu sind, was Gitarre lernen angeht und ein paar Sachen vorstellen. Was ihr neben mir seht, das ist schon mal die Ankündigung für den neuen Kurs für Anfänger. Ihr seht, der ist am 2. Mai, das ist, heute ist Sonntag, wo ich das hier aufnehme. Also übermorgen in einer Woche geht es los mit dem Kurs. Der geht ganz von vorne los, aber hat die Besonderheit, dass auch Leute mitmachen können, die schon ein paar Griffe vielleicht so ein bisschen können. Leute, die schon Barré-Griffe können und auch mehrere Schlagtechniken, denen würde ich das nicht empfehlen, weil das ist einfach zu weit. Der Kurs ist so aufgebaut, dass der euch, ich gehe davon aus, dass ihr mehr oder weniger hier im Kanal hauptsächlich Kinderlieder gespielt habt, aber auch nur hauptsächlich, weil ich habe gemerkt, wir haben nämlich testweise ein paar andere Lieder mal hochgeladen von meinem Hauptkanal Gitarre TV und das haben auch sich viele Leute von euch angeguckt. Und ich denke, da gab es auch Interesse, sonst hätten das nicht so viele gemacht. Der Kurs, den ich jetzt starte, ist für Anfänger oder Leute, die es eben so ein bisschen schon können, aber auch vielleicht ein bisschen mehr lernen wollen. Ich blende mal so ein bisschen, ich gebe euch nochmal die Übersicht, wie man mit mir, mit meinen Produkten überhaupt lernen kann. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, den Überblick zu haben, weil das, was ich anbiete, geht nämlich über zwei Kanäle. Und das ist einmal hier Gitarre TV, was ihr hier seht, der Titel Gitarrenschule ohne Noten. Ich denke, viele haben das Buch auch. Man kann aber auch zum Beispiel, hier in dem Buch sind natürlich auch Kinderlieder drin, aber eben nicht nur. Da sind auch ein paar Traditionals, auch Englische drin und so weiter. Dieses Buch hier kennen viele von euch. Das ist meine Kinderlieder. Habe ich hier viele auf dem Kanal auch hochgeladen. Und das ist der zweite Band. Und immer seht ihr eingeblendet auch inklusive Power Workshop für Gitarre und Ukulele sogar. Das heißt, man kann drei, vier Akkorde lernen und dann kann man loslegen und Kinderlieder begleiten. Und vor allen Dingen die aus dem Buch hier oder aus den beiden Büchern von mir, weil die haben genau diese Griffe DA7G und im zweiten Buch dann auch mit E-Moll noch. Das funktioniert. Und rein theoretisch könnt ihr natürlich jetzt dahergehen und sagen, okay, ich kann drei, vier Griffe. Ich brauche nicht mehr für den Kindergarten, weil ich ganz einfach alle anderen Lieder auch in diese Tonart bringe. Und dann habe ich die gleichen Griffe und kann die dann spielen. Und das ist auch richtig so. Und ihr habt nur noch das Glück auf der Gitarre. Da könnt ihr einen Capodaster einsetzen. Das heißt, ihr könnt dann sogar die Stimmlage für euch, die Tonart wechseln, ohne die Griffe zu wechseln. Und das ist wunderbar. Und deshalb spielen auch viele Gitarre. Ein praktisches Instrument. Ich denke aber, und das hat ja das Hochladen von diesen anderen Geschichten, das war schon eine Kalypso-Begleitung. Oder effektive Barré-Übungen hieß ein Video. Oder die Tablatur für Anfänger. Oder der Balladenschlag. Und dann englische Lieder wie Lady in Black, Let It Be, Knockin' on Heaven's Door hatten wir auch hochgeladen. Da gab es einfach Zugriff. Und deshalb denke ich, einige wollen mehr. Das macht natürlich, kann ich mir zumindest gut vorstellen, bei mir war es ja früher auch so, als ich im Kindergarten war. Aber ich habe gerne Gitarre gespielt, weil das war auch gleichzeitig mein Hobby. Und ich hoffe für euch alle möglichst, dass alle, die hier Gitarre spielen, für den Kindergarten, fürs Kinderheim oder wo auch immer ihr arbeitet, dass das gleichzeitig auch ein Hobby ist, was ihr gerne macht und dann vielleicht zu Hause auch Lieder singt und begleitet. Für euch alleine, vielleicht auch noch für andere, aber dann eben keine Kinderlieder. Weil es euch einfach Spaß macht. Und alle, die ein bisschen mehr als drei, vier Akkorde lernen wollen und ein paar Begleitungen, die einfach weitergehen. Das muss ja nicht unbedingt schwer sein. Das ist vielleicht manchmal nur anders. Für alle, die gibt es den Workshop, den ich mir jetzt neu ausgedacht habe. Und da werde ich auch Kinderlieder bringen, gerade am Anfang. Aber es ist ja so, in diesem Kanal gibt es sehr viele Kinderlieder. Und jeder, der ein bisschen die Akkorde spielen kann und nur zwei, drei Begleitungsmöglichkeiten hat, oder vielleicht auch nur eine, also als Rhythmus, kann diese Lieder spielen. Man muss ja nicht ein Lied, was von mir gezupft wird, auch zupfen. Man kann das auch mit einem Schlagrhythmus begleiten. Das ist das Schöne daran. Also, wenn ihr mehr wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Workshop, den ich anbiete, mitzumachen. Ich erkläre euch mal kurz, wie das funktioniert. Ich blende das auch nochmal hier ein. Das ist viermal im Monat und zwar immer eine Stunde lang. Wenn in einem Monat fünf Wochen sind, dann fällt das fünfte Mal aus. Ihr zahlt dafür, weil das ist ein Workshop, der eben bezahlt werden muss. Da zahlt ihr im Monat 28 Euro und habt die Möglichkeit, live dabei zu sein, dienstags immer um 17 bis 18 Uhr. Und wenn ihr das nicht könnt, weil ihr vielleicht noch arbeiten müsst oder Schichtdienst habt oder sonst was ist, oder ihr habt mal was anderes vor, ist das überhaupt kein Problem. Weil es gibt viele auch in den anderen Kursen, die ich online mache, die haben grundsätzlich nie Zeit, wann das live stattfindet. Aber ihr könnt dann im Nachhinein ganz einfach die Aufzeichnung angucken. Und die Unterlagen habt ihr dann auch zur Verfügung. Weil ihr habt nämlich zu den ganzen Sachen, bekommt ihr immer Unterlagen von mir, die von mir selbst hergestellt werden. Keine Kopien irgendwelcher Art. Und dann habt ihr immer wunderbare Blätter für alles. Und was ihr vor allen Dingen auch habt, das zeige ich euch jetzt auch mal, das ist was, was in den Büchern auch gar nicht vorhanden ist. Nämlich ihr habt einen Plan. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich hatte mal einen Anfängerkurs gemacht für Pädagogen, steht hier auch noch drüber. Dieser hier ist nicht ausschließlich für Pädagogen. Aber jeder Pädagoge kann logischerweise mitmachen, weil jeder, der irgendwie einen Popsong spielen kann, kann auch Kinderlieder spielen. Das ist eine ganz einfache Logik. Aber hier seht ihr schon, das ist aufgebaut wie im richtigen Unterricht, den ich hier auch gebe. Ihr habt zum Beispiel in der ersten Woche Gitarrenhaltung. Das ist ganz am Anfang. Das kommt dann auch ganz schnell wieder raus, diese Übung. Weil das braucht man einmal erklären. Und dann ist das gut. Die Seitennamen werden gelernt. Dann hier der erste Akkord. Und dann die Kletterübung. Das sind alles Sachen, die ihr vielleicht schon kennt und auch könnt. Aber ich werde diesen Workshop anders aufbauen als diesen. Also nicht den, den ich euch jetzt zeige, sondern den neuen, den baue ich anders auf als das, was ihr hier seht. Werde schon von Beginn an auch etwas mehr anbieten. Nämlich für die, die vielleicht schon zwei, drei, vier Griffe können. Vielleicht auch einen Rhythmus. Und dann macht jeder das sein eigenes Ding. Das heißt, wenn ihr ganz am Anfang seid, noch gar nichts gehört, dann macht ihr die Übungen, die für euch da angegeben sind. Die anderen machen andere Begleitungen. Da ihr ja alle vor dem Rechner sitzt, wenn ich das mache. Und auch wenn ihr nachher die Aufzeichnung seht. Und stört kein Mensch den anderen. Ihr seht ja gar nicht, was der andere macht. Und ihr spielt das, was ihr zu spielen habt, was ihr üben könnt, was ihr üben wollt. Und die anderen Sachen, die lasst ihr euch einfach für später. Das heißt, ihr habt automatisch Material in den ersten Blättern schon drin, die ihr auch nach Wochen noch bearbeiten könnt. Und ihr wisst selber vielleicht auch von anderen Dingen, oder wie es auch zum Beispiel in jeder Schulklasse ist, nicht alle Schüler sind automatisch gleich, nur weil sie in einer Klasse sind. Und hier ist es genauso. Manche haben mehr Zeit zum Üben, mehr Lust zum Üben. Und die können schneller vorangehen. Und wenn dann eine gewisse Zeit verstrichen ist, vielleicht nach einem halben Jahr schon, könnte das gut sein, dass einige von euch so weit spielen können, dass sie wunderbar an meinem Liederabend teilnehmen können. Dieser Liederabend ist auch viermal im Monat, bietet vier neue Lieder an in der Woche, also in jeder Stunde. Diese Liederstunde würde ich euch, wenn ihr jetzt anfangt, überhaupt nicht empfehlen, weil ihr könnt gar nichts damit anfangen. Aber im halben Jahr, wenn ihr ein bisschen geübt habt, könnt ihr das entweder zusätzlich machen, ich weiß nicht genau, wie lange ich diesen Anfänger-Workshop machen kann. Ich schätze mal, so ähnlich war es bei dem Pädagogen-Workshop hier, den ich eingeblendet habe auch, dass es ein Jahr lief, dann gingen viele über in den fortgeschrittenen Kurs. Das könnt ihr auch machen, weil der fortgeschrittenen Kurs, der ist eigentlich so aufgebaut, dass da die Griffe relativ einfach sind, aber auch Barre-Griffe drin vorkommen. Weil nach einem Jahr kann man die bei mir eigentlich, weil ich immer vorher auch schon Übungen mache dafür. Und ihr braucht für Barre-Griffe wirklich keine Angst haben, Auch wenn ihr das schon tausendmal probiert habt und es hat nicht funktioniert, euch tat der Arm weh oder sonst irgendwas, ist es passiert. Nach meiner Anleitung funktioniert das immer. Ihr müsst natürlich ein bisschen üben, aber es macht eher viel aus, wenn ihr regelmäßig was macht. Und ihr werdet auch keine Probleme kriegen mit Schmerzen oder sonst was. Weitergehend werde ich auch hier gerade im Anfangsbereich immer wieder auch Zoom-Meetings einrichten. Damit ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr dann im Zoom mal zeigen, wenn ihr irgendwo ein Problem habt, ob an der Haltung was zu ändern ist oder sonst was. Das macht am Anfang auch Spaß. Ich hatte das in den anderen Kursen auch gemacht. Im Nachhinein war es aber so, dass immer weniger daran Interesse hatten, weil diese grundlegenden Dinge passierten. Und manche wollten auch gar nicht was spielen, was ich auch verstehe. Das ist so ähnlich wie in der Schule, wo man mal vorsingen musste. Und da hat nicht jeder Lust zu. Manche machen das Ganze so einfach per Zugucken, zeigen sich selber nicht, fragen auch noch nicht mehr. Ist auch okay, wenn das für diejenigen okay ist. Ihr habt aber, was ich noch gar nicht gesagt habe, was einige vielleicht aber trotzdem wissen, weil sie schon mal dabei waren. Es gibt von mir auch noch mittwochs eine öffentliche Fragestunde. Und das ist vor allen Dingen für alle Leute, die in den Kursen sind, nochmal eine zusätzliche Fragemöglichkeit. Ich blende das mal ein, hier, dann seht ihr das, wenn ihr bei mir auf der Webseite seid. Also ihr solltet euch auch, wenn ihr hier auf dem Kindergarten Liederkanal seid, vielleicht angewöhnt auch mal auf Gitarre TV vorbeizuschauen, weil das ist eigentlich mein Hauptkanal. Und wenn euch das Spielen an sich interessiert und das Lernen, dann gibt es da vielleicht noch mehr zu entdecken. Wenn ich auf die Home-Seite gehe, dann seht ihr einerseits hier die Downloads für die Bücher, die ich euch gerade eingeblendet hatte. Das gibt es ja als Download inzwischen, ist auch viel praktischer. Und dann könnt ihr die für relativ wenig Geld, weniger Geld als das Buch kostet, downloaden, die Filme, das PDF. Dann seid ihr flexibel. Diese Sachen sind von mir aus nicht gebunden an irgendwelche Geräte. Ihr könnt die kopieren auf euer Tablet, auf euer Handy, auf euren Fernseher und überall gucken und damit lernen. Das ist eine absolut praktische Geschichte. Und dann seht ihr hier auf einmal live. Ja, wenn ihr da drauf geht, dann kommt ihr auf den Kanal und dann wird um die Zeit mittwochs, um 19 Uhr, das Live-Video eingeblendet. Ihr könnt ja draufklicken und dann live dabei sein. Guckt mal, ob ich hier ein Live-Stunde habe. Hier zum Beispiel. Das sieht dann so aus. Klickt mal hier ein bisschen weiter drauf. Da sieht man, wie ich das mache. Ich blende hier einmalseits die Sachen ein, die ich erklären will. In dem Fall sind das verschiedene Rhythmen in der Fragestunde. Das sind auch Sachen, die im Unterricht vorkommen, aber auf eine andere Art und Weise. Hier ist das in der Fragestunde so, weil ich dann vielleicht ad hoc eine Frage hatte, die ich beantworten muss. Und hier drunter seht ihr einen Chat-Bereich. Der Chat-Bereich ist jedes Mal vorhanden. Wenn ihr live dabei seid, dann könnt ihr euch einklinken und vielleicht zum Unterrichtsinhalt, was wir am Dienstag gemacht haben, Fragen stellen. Weil ihr vielleicht irgendwas nicht verstanden habt, nachfragen wollt. Dann schreibt ihr das hier rein. Und ich werde dann bestmöglich darauf antworten. Und in dem Moment ist die Frage dann vielleicht am Mittwoch schon erledigt. Ihr könnt weiter üben. Dieses Konzept ist, denke ich, relativ einmalig. Und ich mache das auch nicht mit Webinaren oder so. Weil ihr sollt immer die Möglichkeiten haben. Ihr kennt ja Webinare vielleicht. Die kauft man sich meistens für viel Geld. Und da merkt man manchmal auch später erst, wenn man sich das anders vorgestellt hat, da ist ja gar keiner live. Das sind ja eigentlich nur Videos, die aufgezeichnet sind. Ich mache die Sachen aber grundsätzlich hier live, in live vorhanden. Wenn ihr da nicht könnt, ist auch nicht schlimm. Dann könnt ihr das euch nachher angucken. Aber ihr habt die Möglichkeit, live dabei zu sein. Oder spätestens vielleicht dann am Mittwoch nachzuhaken in der Fragestunde. Wenn noch Fragen sind zu der Sache, ich weiß jetzt ja nicht, ob ich alles erklärt habe. Also am 2. Mai ist Beginn. Ihr könnt, und das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, wenn ihr das jetzt seht, vielleicht, dieses Video, was ich jetzt gerade aufnehme, ist ja auch im Juni, Juli und auch später noch sozusagen online und sichtbar. Und man liest dann vielleicht, ach, am 2. Mai hat das begonnen, kann ich nicht einsteigen. In dem Moment, wo ihr vielleicht ein paar Griffe schon könnt, und die meisten, die hier zugucken, können das wahrscheinlich sowieso, die können dann einfach quer einsteigen. Ganz wichtig, vielleicht das Allerwichtigste für alle, die jetzt zugucken, was solche Kurse überhaupt irgendwie betrifft. Bei mir ist das so, ihr braucht keinen Vertrag abschließen. Ihr zahlt zwar dann das Geld, ihr überweist es jeden Monat auf mein Konto, wenn ihr mitmachen wollt. Und wenn ihr nicht mehr mitmachen wollt, egal aus welchem Grund, dann könnt ihr ganz einfach mit der Überweisung aufhören, und dann kriegt ihr automatisch dann auch nicht mehr die Links, und dann ist die Sache für euch beendet. Dann habt ihr vielleicht genug Filme, Vorlagen, Videos, Unterlagen, mit denen ihr üben könnt, und dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, irgendwann wieder einsteigen. Und das kann jeder für sich ausmachen. Es gibt auf jeden Fall keinen komischen Vertrag, wo man es vielleicht nachher bereut, weil man vielleicht überhaupt keine Zeit hat zum Üben, weil dann kann ich euch jetzt auch schon sagen, wenn man gar keine Zeit hat zum Üben, dann könnt ihr euch das Geld wirklich sparen. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt, in der Woche zu üben, dann kommt ihr voran, weil ihr einen Plan von mir habt, den ihr befolgen könnt, oder auch nicht. Es gibt auch Leute, die machen es nicht, manche machen es aber, und ich habe gemerkt, diejenigen, die das so ein bisschen nach Plan machen, die kommen einfach schneller voran, was auch eigentlich ein bisschen logisch ist. Der Plan ist ja dafür da, wenn ihr euch das anguckt, ihr könnt diese Übung einfach nicht vergessen. Egal, welche Reihenfolge ihr macht, oder egal, was ihr mal auslasst, weil ihr mal darauf keine Lust habt, oder sonst was. Dann spielt ihr was anderes, was ihr gerade seht, und ihr habt ja schon nach ein paar Wochen hier, dann hier ist zum Beispiel der zweite Plan, das geht dann so weiter, und dann kommt der dritte Plan, und so habt ihr schon nach einem Monat vier Pläne mit verschiedenen Unterrichtsvorlagen. Da habt ihr genug zu tun, aber denkt immer dran, es gibt überhaupt keinen Druck von meiner Seite. Ihr spielt so, wie ihr könnt, was ihr wollt, was euch entgegenkommt, das nehmt ihr für euch mit, und alles andere könnt ihr jederzeit wiederholen und später machen. Aber ihr habt auf jeden Fall eine Möglichkeit, von meiner Seite aus, dass ihr euch super entwickeln könnt, so wie ihr das wollt. Keiner braucht Weltmeister auf der Gitarre werden. Ihr werdet aber, wenn ihr Interesse überhaupt am Gitarre spielen habt, und das setze ich mal voraus, das werdet ihr jetzt nicht noch hier vor dem Video, wenn ihr Interesse habt, dann kommt ihr auf jeden Fall mit dem System weiter. Ich denke, also einige haben das auch schon mir geschrieben, dass manche hier viel weiter gekommen sind, auch in kürzester Zeit, als mit ihrem Lehrer vor Ort. Damit will ich keinen Lehrer schlecht machen, aber dieses System funktioniert, weil ihr habt sehr gute Unterlagen, die ihr bekommt. Im Grunde sind alle Unterlagen wie gedruckt quasi, könnte man immer ein Buch draus machen, jederzeit. Und das Ganze hat eben auch ein System, das was manche, wenn die die Gitarrenschule haben, die Gitarrenschule ohne Not, meine ich, die ich euch vorhin eingeblendet habe, diese hier, die hat ja ein striktes System. Das ist im Grunde die Grundlage von dem, was ich mit euch mache, mit einem Unterschied. Die Lieder, die ich dann dazu nehme, die sind eben vielleicht interessanter, weil ich kann hier auf YouTube auf jeden Fall auch Popsongs machen, was ich in den Büchern nicht so veröffentlichen konnte. Und von daher wird es auf jeden Fall interessant. Als Inhalt sind das die Lieder, kann man sagen, aus den letzten Jahrzehnten der Popmusik, auch Traditionals, alles Mögliche, alles, was irgendwie sich bewährt hat, will ich mal sagen. Es gibt vielleicht auch mal hin und wieder ein Lied, was ihr gar nicht kennt und da haben sich viele inzwischen dran gewöhnt und wissen das auch zu schätzen, weil wenn ich mal so ein Lied nehme, wo ich weiß, das kennt kaum jemand, dann hat das auch einen Grund. Dann ist das nämlich besonders gut. So, das war es für heute. Wenn ihr Fragen habt, jetzt ist wie gesagt der 23. April in dem Moment. Am nächsten Mittwoch, da gibt es die Fragestunde, wo ich das ganze System nochmal vorstelle. Und wenn ihr dann live dabei seid, nicht bei der Aufzeichnung, live könnt ihr dann im Chat schon Fragen hier zu stellen und was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt hier nach dem Video, jetzt gleich, seht ihr meine E-Mail-Adresse, ganz links unten, das ist mein Name, adweb.de. Könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben, ihr habt Interesse und stellt eure Fragen, was da ist, ich versuche die möglichst schnell zu beantworten und dann wisst ihr alles. Merkt euch auf jeden Fall das Wichtigste. Ihr geht mit dieser Probestunde, ist es ja nicht, es sind vier Probestunden, ist ein Probemonat, geht ihr kein großes Risiko ein. Ihr kriegt das, den Probemonat zum halben Preis für 14 Euro, habe ich noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade auf, ist vielleicht mit das Wichtigste für euch. gebt ihr einmal 14 Euro auf und verändert vielleicht damit eure Zukunft, auf der Gitarre zumindest. Das war's für jetzt erstmal, wie gesagt, am Mittwoch dann mehr und vielleicht seid ihr ja am 2. Mai dann dabei. Macht's gut. Ciao. ...